jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf record mit mir und chris und ihr seht es ich habe mir mal wieder ein paar kisten gegönnt ich habe jetzt lange kein video gemacht oder generell ist lange kein video auf record gekommen ich weiß jetzt nicht wie lange aber auf jeden fall ja es wird mal wieder zeit für ein video und ich habe mir heute erst mal 9 kisten gegönnt einmal eine chroma 3 die ich noch im inventar hatte und 8 gamma 1 kisten und ich hoffe dass ich heute mein erstes live ziehe ich schwöre ich will endlich ein knife haben die chroma 3 kiste behalte ich bis zum schluss ich öffne jetzt erstmal die gamma 1 kisten und in der hoffnung dass ich endlich mein erstes live bekomme das wäre schon ganz sick und so also ich würde sagen wir starten einfach mal wir wächsten heute mal wieder 20 euro ab geht's ich hoffe wenigstens ein pink skin oder so alter willst du mich verarschen willst du mich verarschen in der ersten kiste schon an der ey wenigstens red skin alter oder so da sind wir schon knapp an der mecha 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 was auch immer industrie vorbei schade 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 aber vielleicht war das ein gutes zeichen wo war exos nicht so geil ach man ich hoffe das wird hier heute was alter schuld zwei red skins was was und wir kriegen die 5 7 lol alter das ist so geben will uns mal wieder richtig verarschen hier glaube ich lol schon drei red skins gesehen und bisher nur only blue die svencens gute condition so wie es aussieht alter dreimal dreimal red dreimal red und wieder nur scheiße alter ich glaube so oft habe ich noch nie in einem video gesehen und wirklich nur scheiße jetzt gedacht 20 euro für den arsch bis jetzt only blue wirklich holy shit naja vier kisten haben wir noch in der hoffnung irgendwas geiles zu ziehen komm schon bitte geben einmal in meinem leben nova exo alter er nicht mal ein purple skin was ist das wenn wir nur noch zwei kisten dass eine die halb ich auch noch übrig nur noch zwei kisten bitte geben bitte komm schon bitte gib mir irgendwas gutes alter was was ist das winzens im purple skin aber trotzdem nur scheiße man hauptsache wir sehen dreimal red und jetzt kommt jetzt kommt die lackkiste ich habe ein gutes gefühl bei der kiste vielleicht ist da wenigstens was gutes drinnen fach mal live leute fach mal live ganz ehrlich was ist das für eine scheiße ich schwöre ich habe ich hasse ich hasse cisco leute mann naja wenn ihr mehr von den case opening sehen wollt oder grenel mal wieder ein gameplay dann lasst doch ein leichter meinetwegen auch ein abo falls ihr es noch nicht getan habt und ja ich würde sagen geile ausbeute ich habe generell keine skins mehr weil ich so dumm war und alles vergeben will habe aber naja geile ausbeute auf jeden fall wenn es ist die fabrik neu hier kann man nichts machen ich würde sagen wir sind das nächste mal bis dann so leute